First let me hop out the motherfucking Porsche, I don't wanna if that ass don't sit like a horse, I'll be ballin' on these niggas, got me feel the light. Sooo... Aber ich wünsch dir nichts schlechtes, denn nur Gott weiß was gerecht ist. Dann... Können wir... Mal kleine Frage, wollen wir eigentlich mal einen David fragen, ob wir wieder ein bisschen The Forest streamen wollen? Ich hätte eigentlich auch wieder Bock. Ja, mal gucken. So, nochmal haben wir noch, haben wir irgendwie Wolle? Ja, ich habe alles mit. Warum baust du Wolle? Ja, ja. Wofür? Für unsere Bait. Brauchst du der Brille? Ja. Wofür denn das? Fürs Design. Entweder müsst ihr jetzt selber ein paar Schafe schlachten oder du baust bis ich da bin. Nee, ich brauche aber am besten Graue. Habe ich auch noch vier Stück. Okay, dann brauche ich dich mehr. So... Ja, ich kann es ja mal vor... Naja... Naja... Egal, dann mache ich mit Weißwolle. Nee, wir können es auch nicht schwarz färben, weil wir keine schwarze Farbe haben. Na, kann man mit Kohle zufälle schwarzfarben? Nee, färben? Nee. Ah... Müssen wir mal gucken, was nehmen wir dann als Block? Ich gehe mal netter rein, vielleicht finde ich da ein bisschen close down, das würde auch gehen. Ja, das war nice. Ich habe eine Fackel, die tue ich schon mal ganz kurz vorstehen. So, hoffentlich attackiert mich jetzt hier, genau. Ja, hier ist eigentlich noch nichts, was sich angreift, oder? Hat doch die Lohn hin zum Scheiß. Ja, du bist zu weit weg aus, komm mal wieder raus. Bei mir spinnt es gerade übel drum. Naja, musst du kurz rum. So, da... Ich mache das mit dem Kloster und später. Dann kann ich noch ein bisschen abholen. Ich kann gerade nichts machen. Bei mir geht's. Bei mir aber nicht loskommen. So... Haben wir hier mal einen Tunnel gewollt? Nein, nach hinten, oder? Keine Ahnung. Nach hinten kann man... Kommst du halt mit zum Volleyball? Hm. So... Kloster wäre halt geil, weil dann können wir das dann auf die Peter hauen und dann tun die wenigstens so hoch im Dunkeln wachsen. Ja, stimmt, aber wir hatten doch eine höhere Gebäude irgendwo kann das sein. Wir hatten doch in der Höhle hat mir da angefangen zu... Das täuscht ich mich gerade. Was? Wir haben doch irgendwo in der Höhle haben wir da angefangen zuerst ein Bier zu bauen. Wir haben doch neben unseren Dingens direkt den Berg. Nee, das war ganz am Anfang als wir unser Dreckhaus. Ja, genau. Und das ist da auch dort. Unser Dreckhaus ist... Äh, das war aber genau dahinter und da... Und da drin hatten wir doch noch eine Höhle gehabt, klar. Unser Dreckhaus ist da, wo jetzt unser Haus steht. Ja, genau. Und dahinter ist doch der Berg und da drin hatten wir doch eine Höhle gebaut. Ja, eine Höhle. Ja, na klar. Da habe ich doch in der Höhle habe ich noch einen gepflanzt. Das war ja... Keine Ahnung. Das war ja... Das war vielleicht... Das war eine... Das war eine... Das war nur noch schlüpfen in der Höhle. Ja, das war ja irgendein Schacht. So, jetzt darf ich nicht runterfallen. Das wäre es auch schlecht. Cool. So, jetzt habe ich ja nochmal 64 Kohle. So, zack. Bauen wir uns mal ganz schnell hier rüber. So. Vielleicht kicken wir ein bisschen was ein Close Down. Das war... Richtig nice. Was eigentlich übelst ist gekannt. Nein, lass es lieber sein. Ja. No risk, no fun. Aber du bist, wenn du einmal stirbst, dann ist das Ding durch. Dann kann ich ja nur alleine dort zeigen. Ja. Jetzt werde ich zwar auch genießen, aber... Du musst du dann aufnehmen für mich. Könnte ich machen. So. Hier haben wir noch mal Schafe. Ah, super noch mal grau. Nice. Ah, jetzt wird es gerade dunkel oder? Oh, scheiße, jetzt müssen wir spielen. Ja, muss ich spielen. Ich glaube, du kannst sogar pennen, weil ich bin netter. Ja. Oh ja, hier ist ein schönes Skelett, oder? Ja. So, ich kriege hier nämlich gerade schön close down. Okay, jetzt weiß ich mich mal. Ganz zur Not übernachte, ich hätte mein Dorf bei meine Freunde. Ja, es geht so schnell heben. Von Creepern kannst du abhauen. Der Rest ist jetzt eh nicht so... Naja, das sind schon ganz schön stark. Naja, aber hier nicht. Weil... In den neuesten Versionen... Haben die übelst in Aimpoint. Und es bleibt nicht schön weg. Ich mache übelst stark. Ich mache übelst viel Schaden auch. So, close down habe ich. Vielleicht... Hoffentlich reicht's. So, perfekt, perfekt. Sehr schön. So, ich komme zurück. Mit close down in petto. Brauchen wir doch gar nicht. Doch. Penntst du schon, oder? Natürlich nicht. Ich bin gerade auf dem Weg zu unserem Haus. Ah, ja, ja. Hier ist alles voll. Smombies. Und Skeletten. Auf, Ehringas. Oh mein Gott. Ich bin da auch noch. Fall gegen ein, ja Feiglinge. So, dann können wir das nämlich mal zu hier machen. Und zack. Oh, wie immer habt ihr auch keine Chance gegen mich. Tschüss. Dann haben wir hier wieder was hin. Perfekt. Chigoro. So. Chigoro. 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 Oh, das ist ein Zombie-Dorf. Oh, das ist ein Zombie-Dorf. Ah, ich feite aber noch auf dem Beet, also. Da wo es alles schön kaputt geht. Was machst du, Junge? Hier bitte mal Fubak. So, näher egal. So, ich komme auch hoch. Hinter dir ist übrigens. Ich will schon. Ich habe jetzt aber echt keine Zeit mit dem zu fighten, weil... Warte, 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 warte. Aber nicht auf dem Beet, dann locken weg. Nicht, nicht auf dem Beet. Hier ist doch Scheiß, egal. Hier ist doch eh nichts zu glänzen. Ja, aber ich muss jedes Mal nachackern. So. Dann habe ich hier nochmal was schön beleuchtetes. Ah, da machen wir was anderes, außer direkt. Das sieht scheiße aus. Ne, ich mach den nur weg. Oh, die oder wieder Kloster abgebaut. Ne, wir können dann da... Wir können es mit Hölz verbinden oder so. Das sieht cool aus. Ne, oder mit Klaas. Oder mit Klaas, ja. Ne, klar ist das scheiße aus. Ne. Wöbel. Na, das ist doch... Einziger was Sinnvoller werden wird es komplett umleuchtet. Ja, oder ich hab' eine Idee, wir machen. Wir sind zwei Creepery im Haus. Ich hätte halt gerne Fackeln genommen. Aber ... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist ja unsere kielle Wolle verkauft. Nenne, ich hab' noch mal viel da. die wollten ja nur weise wolle aber ich habe jetzt auch noch mal nennen weise würde die weise die weise würde gäbe ich noch mal hier haste fünf körper könnte ich die entfernen jetzt neben stahl aber nicht mehr weil eigentlich also so ganz viel ist jetzt auch nicht da wo es könnte reichen ich hab den kühnen mal zwei blumen eingepflanzt von dieser stadt so jetzt gehen wir pennen und dann machen wir erst mal ein paar zäune dass wir kennen und läuft aber sieht aus ja aber das passt doch überhaupt nicht mit dem wasser oder das ist doch viel zu wenig wasser nein sie ist doch das alles bepflanzbar ist ach so das ist ja hier wenn ich jetzt so dunkel dann alles krass deswegen brauchen wir bauen nie so viel wasser so jetzt gemacht habe ich dachte du musst noch mal eine schicht komplett in dem wasser geht doch mal ins bett jetzt müssen ja meine wille meiner will nicht ins bett zu zäune wir brauchen zähne also 35 mal scharf vielleicht habe ich wenn es mitgebracht haben wir hier noch mal zwei aber wieder übelst viele dinger lassen so ja es kann sein dass bestimmt wieder zu viele zäune gemacht haben aber ist egal die kann man immer gebrauchen eine mutige hat mir gestern auf das bild geschickt ja das könnte sein dass ich auch so sehen noch abends geschickt habe so schön zauern ruhen können außerhalb der zäune können wir noch mal ein paar fackeln machen damit damit auch die ecken besser licht kriegen oder wir verbinden ja scheiße oder wir verbinden die das kloster mit zäunen wir hatten echt nicht mehr werden nicht mehr so viel kohle wir haben alles an blöcken verbaut ja eigentlich schwachsinn kannst du auch jedes mal lava holen so ausreichend warum hast du eigentlich steht den mond bei uns in der ruhe mit rein wo es essen ist was habe ich da ja da ist doch alles drin was so naturmäßig ist da noch essen eingetragen was schon das ist das ist doch scheiße machen eine tour wer ist jetzt wie viel dann auch noch kommt bei bauen wir den mond ja nicht nur das fatschen lassen ja dann machen wir eine reine naturkiste mal noch ja willst du wirklich bald noch ja klar hat es immer gebrauchen eigentlich ja doch zu dekorieren oder farbe die grüne kann man einmal knochenmehl davon aber egal ob die schwarze weil ich meine und die graue die weiße gehe ich mal fix verkaufen die ganze bäume müssen wir hier machen am rand fällen ach du wolltest ich hatte hellgraue weil ihr noch fünf dunkelgauer habe ich statt welchen 23 schon das habe ich gerade nicht gesehen weil er wollte es auch gegangen warum man noch eine fackel da stürzt man eine axtbahn fix so dann baue ich jetzt mal so ich habe jetzt mal bist du noch hast du noch ein tor näher ist ja ich hoffe mal dass das jetzt reicht habe ich das jetzt richtig ja 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 du wir müssen mal eine reine erde kiste aber stimmt das wollte man ja auch mal ein können natürlich jetzt wieder dumm das ist wieder viel zu lang schon wieder dritte folge ist aber wir können ja mal ein stream machen so wenn die wenn die folgen hier fertig sind können wir ja mal ein stream machen wieder hochgeladen weil da kann man nämlich mal länger bauen oder spielen da kommen auch mal so diese sachen machen die eigentlich jetzt nicht so interessant sind wie gern durchgängig bauen oder farmen oder irgendwie so ein scheiß aber aber wer halt trotzdem geil weil wir könnten ein bisschen ja wird ein bisschen weiter kommen so als in den wie in den folgen hier jetzt immer aber da machst du jetzt erst mir die ganzen bäume stürzt man ein bisschen weil die roten die ganzen lieb jetzt nämlich mal mit dann kann man nämlich das bt noch perfektionieren dann kann man nämlich immer hier drauf laufen ohne dass wir ins wasser fallen oder irgendwelche items sind zwar so fallen war ich zufrieden mit dem feld bericht zufrieden ich würde trotzdem nicht einfach zu schweben lassen ist schon irgendwas ist ja und manchmal die zäune und guck mal wie das aussieht wenn man die mit zäulen verbinden das sieht vielleicht habe ich auch vorhin gedacht guck mal was wir noch was guck mal zu mir hoch ein bisschen du ja ja bald guck mal hier oben ich kann mich nur ein richtig wunderbar und explodiert macht immer wieder so zack ich weiß jetzt nicht wie das nice aus die verbinden sich nämlich nicht mit kloster und es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus so